Der Omi-Token hat ein neues Allzeit-Tief erreicht. Unter anderem schauen wir uns die bevorstehenden Comic-Drops an, sowie einen weiteren MGA-NFT-Drop auf der Wibi-App. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Der Omi-Token hat ein neues Allzeit-Tief gemacht, und zwar momentan bei unter 0,0052. Momentan sind wir in den letzten 24 Stunden hier knapp 4% im Minus, und wir hatten den Omi-Token jetzt schon seit einigen Wochen nicht mehr hier in den News mit dabei, weil einfach nichts Relevantes passiert ist. Jetzt haben wir aber ein tatsächlich relevantes Ereignis, denn wir haben wie gesagt ein neues Allzeit-Tief, und wir sehen es jetzt auch schon hier auf dem Chart, hier mit der grünen Linie, das war das letzte Allzeit-Tief, was wir hatten, und nun haben wir das Ganze hier deutlich unterboten. Das Tief war ungefähr hier schon fast bei 5,0 glatt, also schon auf jeden Fall deutlich tiefer, als wahrscheinlich der ein oder andere sich jemals vorher hätte stellen können. Auf jeden Fall, meine persönliche Prognose ist momentan hier, beziehungsweise von dem, was ich einfach ausgehe, ich möchte einfach versuchen, von Prognosen wegzukommen, dass wir hier eine Reaktion aus diesem Bereich sehen, und dementsprechend auch in der Weekly Candle möchte ich persönlich hier eine Absorption sehen, wie hier, nur andersrum, und zwar nämlich nach oben, dass der Preis im Prinzip hier komplett absorbiert wird, und wir ein bullisches Szenario hier aus dieser Situation sehen. Sollten wir das gegen Ende der Woche nicht ziehen, dann könnte es auf jeden Fall interessant werden, da muss man sich das Ganze nochmal genauer anschauen, in was für eine Richtung sich das dann entwickeln könnte, ob wir hier weitere Low-Lows sehen, oder ob wir dann tatsächlich hier eine Trendwende endgültig mal nach oben sehen. Das ist natürlich eine Sache, die kann ich auch nicht predikten, das möchte ich auch ganz klar sagen, das ist nur das, wovon ich momentan ausgehe, insgesamt einfach von der Marktlage, ich gehe auch davon aus, dass wir noch in diesem Quartal eventuell Omito NFT sehen könnten, auch wenn es vielleicht nur für Beta-Tester ist oder so, aber es wäre wenigstens schon mal dahingehend ein Anfang. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Ganze momentan hier angeht, auch beim Omito Token, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare, was ihr von der aktuellen Kursentwicklung haltet, und ob ihr momentan auch immer noch nachkauft. Kommen wir nun zu den bevorstehenden Events diesen Jahres, denn Vivi ist tatsächlich dieses Jahr auf einer ganz neuen Messe dabei, und zwar nämlich auf der D23, die Disney-Messe, und das ist mit unter anderem die größte Messe auch in den USA. Also wir haben es ja auf jeden Fall schon mit einem ordentlichen Kaliber zu tun, die Frage, die sich natürlich dann viele auch stellen ist, wird Vivi da überhaupt was machen, haben sie dann einen Stand zusammen, oder in welcher Weise sind sie dort dann irgendwie repräsentativ, Das werden wir dann sehen, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber das wird natürlich auch darüber entscheiden, wie viele neue potenzielle User auf Vivi aufmerksam werden könnten, und sich dort auch registrieren könnten. Ein weiteres Event ist die San Diego Comic Con, wie jedes Jahr, genauso wie auch die New York Comic Con. Ich persönlich werde sehr wahrscheinlich auf der New York Comic Con auch selbst am Start sein, das heißt, falls ihr da auch am Start seid, würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, auch ein paar deutsche Gesichter in New York zu sehen. Kommen wir zur nächsten Collectible Series von MGA, und wir sehen hier LOL Surprise, oh my God. Ja, das Ganze ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Collection, die wir hier sehen werden von dem Lizenzgeber. Das Ganze wird hier am 9. Juni um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen, im Blindbox-Format, und das Ganze wird tatsächlich auch hier eine ganz neue Mechanik haben, die wir uns gleich einmal anschauen. Diese Collectibles werden hier insgesamt einen Listenpreis von 18 Gems haben, und eine Edition-Zer von 3.332. Das Ganze wird hier an dieser Stelle eine Common sein, und natürlich eine First Appearance. Wir werden hier dann als nächstes die Lady Diva, mit einer Edition-Zer von 2.135 Stück bekommen. Wir werden außerdem als Rare die Swag bekommen, mit 1.150 Editions, und als nächstes haben wir dann hier noch die Secret Rare, mit einer Edition-Zer von gerade mal 205 Collectibles, was natürlich extrem wenig ist, und wir haben dann hier an dieser Stelle noch eine Ultra Rare, und diese wird man craften können, und das ist tatsächlich auch ziemlich interessant. Man wird hier nämlich mit MCP-Punkten craften müssen. Man wird hier insgesamt eine Edition-Zer von 478 Stück haben, das Ganze wird Ultra sein, natürlich First Appearance, und auch noch am gleichen Tag craftbar sein. Kommen wir zu den Crafting-Details, und diese sind tatsächlich auch äußerst interessant, denn die drei Royal Bee plus die Lady Diva, die werden tatsächlich alle verbrannt beim Crafting-Prozess, um dann hier das zu bekommen. Das Ganze ist ein Free-Crafting-Event. Das Einzige, was man braucht, sind mindestens 5000 MCP-Punkte, um der Erste dann sozusagen zu sein, der das dann craftet im Store. Also auch hier ein recht interessanter Weg, natürlich auch MCP-Punkte von den Usern zu burnen. Das Ganze wird bis zum 16. Juni stattfinden, und wird über die Mobile App, beziehungsweise in der Web App V1 verfügbar sein, ganz wichtig, also dass ihr da auf jeden Fall schaut, in der Web App V2 scheint das wohl noch nicht integriert zu sein. Ich persönlich werde den Drop auf jeden Fall nicht mitnehmen, und so war auch meine Warnung von vielen, vielen anderen Leuten aus der Community, dass es einfach kein Drop ist, den sie jetzt irgendwie cool finden oder sowas, ist es, glaube ich, sowieso mehr ein Drop für Mädchen. Ja, von daher für mich persönlich auf jeden Fall kein Drop, den ich hier mitnehmen werde. Ich denke, die ist auch nicht äußerst für Potenzial, von daher für mich ein Skip. Schauen wir uns den heutigen Comic-Job mal ganz genau an. Das Video wird wahrscheinlich erst nach dem Drop rauskommen. Dennoch ist es vielleicht auch mal für euch ganz spannend, hier ein paar Details dazu zu wissen. Avengers, Hashtag 85 wird die Dropen aus dem Jahre 1963. Das Ganze wird heute um 17. deutscher Zeit gedroppt sein. Und wir haben hier natürlich wie immer fünf Cover. Ich persönlich finde hier auf jeden Fall die Ultra ganz nett gestaltet. Wir haben hier insgesamt einen Listenpreis von 7 Dollar, eine Editionzahl von 6.000 Stück. Und wir haben hier die First Appearance auf Scrandrome Supreme mit dabei. Unter anderem schauen wir uns natürlich wie immer auch hier die GoCollect-Daten dazu an. Eine 9.8 hat ja gerade mal auf GoCollect mit 10 Grades 2350 Dollar erreicht, was nicht wirklich viel ist. Und wenn man sich auch schon die anderen Preise anschaut, eine 8.5 gerade mal für 200 Dollar und das auch nur bei dem relativ niedrigen Grades, ja, da muss man einfach sagen, das ist nicht wirklich viel und daher für mich persönlich auch ziemlich uninteressant. Kommen wir zum nächsten Comic und das ist Daredevil Hashtag 4 aus dem Jahre 1964. Und das Ganze wird hier mit der First Appearance auf Killgrave sein, beziehungsweise The Purple Man. Und das Ganze wird hier am 6. Juni, das heißt am Donnerstag um 17. deutscher Zeit droppen. Natürlich wie immer mit fünf Covern, die wir hier sehen werden. Das Ganze ist hier auf jeden Fall von der Ultra-Rare und von der Rare ziemlich cool gestaltet. Ansonsten haben wir hier eine Editionzahl von 6.000 Stück und auch einen Listenpreis von 7 Dollar. Ansonsten haben wir natürlich wie immer auch hier die GoCollect-Daten mit dabei. Eine 9.8 mit vier Grades hat einen Preis 2012, ganz wichtig, von 7.700 Dollar erreicht. Eine 9.6 ist hier momentan schon bei 7.750. Da gehe ich davon aus, dass eine 9.8 wahrscheinlich schon etwa bei 12.000 bis 13.000 momentan liegen müsste. Aber wenn man sich auch schon die niedrigen Grades dann anschaut, da sind wir auch schon relativ schnell eigentlich bei günstigen Preisen. Auch hier haben wir es nicht wirklich mit einem krassen Key-Comic zu tun. Und das waren auch schon die wichtigsten News für den heutigen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten lasst auf jeden Fall den ganzen Videos sehr gerne einen Like da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.